Hallo Leute und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben in der letzten Folge uns so mal um alle Siedlungen gekümmert. Bis auf eine, da konnten wir noch nicht viel machen. Haben verzweifelt... Gehen dir die Kugeln aus? Nö, mir gehen nicht die Kugeln aus. Piper gesucht, dass wir jetzt wieder MacReady mitnehmen. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Ähm... So, nehmen wir jetzt einfach wieder MacReady mit. So, ok. Wollen wir noch eine Kleinigkeit kochen können? Nö, ok. Dann gehen wir jetzt zurück da, wo wir gewesen sind. Den Rest der stilllangenen Bruderschaft da weitermachen. Karte. Hier waren wir ja. Von da ging's dann weiter. Zerschmelzen. Aber wer will denn schon seine Gegner zerschmelzen? So, hier sind wir wieder am Trainingslängen der Nationalgarde. Hier haben wir ja alles gemacht. Ok, ich hab das Gewehr noch ausgewählt. Ok, ich hab das Gewehr noch ausgewählt. Was geht da hin? Notsignal gefunden. Ich hab da auf jeden Fall was rumspringen gesehen. Fliegen. Kann auch schön da weiterfliegen. Super Mutanten. Super Mutanten. Wow, hier geht's aber gerade rund. Wow. Wow. Ich muss mal eben Gas geben. Das war zu spät Gas gegeben. Ok, nicht zugewiesene Bewohner in Siedlung sammeln automatisch zum Bau benötigte Ressourcen. Ich hab direkt mal auf den Super Mutanten mit der Sprengladung geschossen. Oh ja klar, dass ich wieder hier stehe. Der hat bei mir mal wieder nicht gespeichert. Lass denn Diagnose laufen, während du arbeitest. Ok. Lass dir Zeit. Lass denn Diagnose laufen, während ich arbeite? Ach so. Was soll ich sagen? Wer diagnostiziert denn hier? Nick. Ich hätte eher mit Ghoulen statt mit Super Mutanten da gerechnet. Jetzt machen wir das ein bisschen... Ich hoffe mal eleganter. So, speichern mal kurz. Radio... Notsignal. Notsignal. Nein, hier ist niemand. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Genau, du höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Ich hab' aber gerade heftigst geschossen. Die Stellung der Bundeskarte taucht die gerade auf. Danke mal 3D. Du spielst, ich such den Typen, der sich wieder in die Luft sprengen will. Aua, hört doch aus von da oben zu schießen, das ist unfair. Das ist nicht fair. So ist mein Scharfschützengewehr. Das ist mal das Dimpfeg rein. So, den haben wir schon mal weg. Ja, das ist aber unfair. Dann kommen wir erstmal die da oben. Die Beobachtung wird die Luftgebewerber und die Luftgebewerber werden. Wir werden euch auch sehen. Dann werden wir uns für die Welt vollkommen. Dann werden wir uns beferringen. Na, das Wichtung wird. Das ist auch das Wichtung. Nein, jetzt ist ja noch alles verstrahlt. Oh, super, momentan schlechter. Da brauch ich was. Da brauch ich was mitten herum. Muss ja nicht mal was essen. Nein, nicht das. Auch nicht das. Spiel willst du mich grad verarschen? Jetzt hing ich gerade irgendwo fest in meinen tausend Einstellungsmöglichkeiten. Ich stell mich gerade echt gut an. Nicht. Das ist dieser selbst. Oben ist von uns. Wer da sein. Da kommt. Ich hab mich gerade die städelnde Bruderschaft angefroren. Dann haben die doch erstmal ein bisschen da aufräumen. Viel zum aufräumen hatte sie nicht. Aber er hat viel aufgeräumt hat sie nicht. Muss man das nicht wieder alles machen. Denn der Selbstmörder. Oh, holt. Blöden. Hunde. Mutanten Selbstmörder. Der hat jetzt da hinten gespringt. Der hat mich nicht. Jetzt müssen wir nur McGreedy wieder aufsammeln. Hier konnte er sich von mir aus sprengen. Hier war da keine große Bedrohung. Was spielen wir denn für ein schönes Spiel? Jagd den Menschen. Darf ich da mitspielen? Einer von den Raketen? Nein, du sollst nicht da reingehen. Wow. Super Mutanten. Super. Die sind ganz schön hart drauf. Die Typen. Der erste ist noch weg. Gammelt eigentlich schon wieder McGreedy rum. Ich bräuchte was mit mehr Krawall da hoch. Aber... Auch einer ohne Fahrschein. Ah nein, lass es gehen. Hey, McGreedy macht hier wieder einen Chillout. Ich finde den Feind. Ja. Okay, wir probieren das in der nächsten Folge dann hier auch weiter. Da stelle ich mich dann vielleicht was besser an. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt euer Snakeo. Ciao.